Tja, hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Valorant-Video. Heute schauen wir uns mal die Graffitis an. Es gibt 24 Graffitis und hier könnt ihr sie übrigens auch direkt einstellen, falls ihr euch fragt, wie, warum und wo ihr das machen könnt. Ihr geht auf euer Graffiti, das ihr habt, und drückt dann auf jetzt auswählen, dann ist es ausgewählt, wie zum Beispiel dieses GLHF. Es gibt einige richtig coole Graffitis und ein paar eher langweilige. Dieses Boom, naja, zählt jetzt zu den untere Mittelmäßigkeiten. Das ist natürlich sowieso lächerlich. Der Salzstreuer, animiert. Sowas bräuchte man in CSGO. GLHF gibt es auch noch, klar, kennt man. Und jetzt kommen hier die richtig sweeten Sachen, wie zum Beispiel hier die absolute Präzision. Alles gut, auch natürlich wieder meine Farbe. Hier der Breach, das in demnächst mal ist jetzt nicht so meins, aber wiederum der König für den Charakter, den Sperling jetzt ordentlich eingespielt hat. Das ist natürlich wiederum schön. Der Schatten, finde ich jetzt nicht so sweet, aber die Drohne, die hat was. Der hätte ja nicht animiert, da hätte man auch irgendwie sowas leicht schwebendes machen können, aber naja. Dann natürlich hier für die Dummdödeltante, ja, Gastank. Passt natürlich auch optimal zu dem Talisman an der Waffe. Dann jetzt hier wieder was, was nicht so, also, es hat schon irgendwie was mit diesen Farbsprenglern und sowas, aber alles in allem eher so ein bisschen langweiliger. Das wiederum, naja. Und hier sieht man Larry, animiert. Dann hier natürlich noch ein richtig geiles Teil, und zwar der Luftschlag. Und auch das hier, wieder animiert, sieht sehr cool aus. Und zwar die Muskeln aus Stahl. Des Weiteren gibt es hier den Rettungsanker. Ist jetzt irgendwie überhaupt nichts für mich. Ja, diese Feuereruption, was es ja auch als Talisman gibt, ist nach wie vor nicht so in meinem Interessengebiet. Dann haben wir hier das tödliche Toxin. Schön. Und das hier sieht sehr cool aus, also da gefallen mir vor allem die Farben eben. Dann haben wir noch den Volltreffer, ist sogar animiert, obwohl es nicht dabei steht. Wundert mich ein bisschen. Hier ein weiteres animiertes Graffiti, und zwar das wachsame Auge. Hat mich jetzt schon ein paar Mal genervt, das Ding. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Graffiti, und zwar zur Zwinkerin. Ich finde, das ist auf der gleichen Stufe wie das Boom-Teil. Ist jetzt nicht sonderlich krass. Graffitis können übrigens mit Tee gesprüht werden. Falls das noch zur Frage kommen sollte. So weit, so gut, Leute. Das war's auch schon wieder hier mit dem nächsten Praktisch-Update-Video zu Velement. Im Moment ist ja alles neu und Update und hin und her, weil man das Ding jetzt erst seit einem Tag hat. Also zumindest die meisten von uns. Und darum ist alles noch so neu und aufregend. Und wow, genauso aufregend, wie ich es natürlich finde, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Und falls das Video am Dienstag oder Donnerstag kommt, heute ist um 18 Uhr Livestream. Beziehungsweise, falls heute Freitag sein sollte, ist es um 22 Uhr Livestream. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.